Hallo, ich bin Sandi. Du bist froh, um zu singen, weil es ein Kanakoral ist, aber das passt bei uns in der Musikshow genau richtig. Ein Kanakoral ist am Samstag Mittag, von halb 2 bis 4.3 Uhr in der ersten Gruppe, für mich groß ab 8 Jahren, und von 4.3 bis halb 4 Uhr in der zweiten Gruppe, für mich klein, ab 4 Jahren. Wir haben noch ein Konzert in der Stadt, wo wir dann zusammen auf der Bühne ein Lieder präsentieren. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr einen Auftritt um Kärching on the Rocks, wo wir dann noch mehr Rockisch-Lieder gesungen haben, und um Kärching auf der Schmacht, wo wir dann mehr traditionelle Lieder gesungen haben. Wir haben noch einen Workshop-Stil, wo wir uns mit anderen austauschen können, und das nicht nach Hause am Land, sondern auch halbmal am Ausland. Wenn du dich interessiert bist, dann melde dich bereits. Komm mal gucken, komm mal schnuppern. Das gibt uns immens viel Freude. Bis bald! Bis bald!